so für die youtube zuschauer ist wieder neue aufnahme session werden wir sehen was wir heute alles schaffen wir werden jetzt erstmal hier noch das lekros einsammeln mal gucken erstmal durchgucken ob hier noch irgendwo einer rumsteht der eigentlich arbeiten müsste der mit sicherheit der auch Das war's, gut, in Ordnung. Das ist ja still voll. Äh, leh krass. Können wir uns das alles reinschmeißen? Oh, das ist eine gute Frage, dass jetzt alles angenommen wird, was ich das jetzt nutzen kann. Wie geht's an hier? Was ist denn? Futterberg? Klee, hui. Sache, da würd's klüppisch hui machen sollen. Hm. Hm. Ja. 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 Wir haben einen Klee-Kraus, aber nicht. Stimmt, kein Klee-Kraus an, denkt ich mal. Da ist ja kein Mod vom Fett. Ich weiß nicht, dass das gar nicht annehmen wird. Aber kann man ja alles probieren. Jetzt kann ich die Kieße. Ich bestelle immer mit dem Kleegras. Da habe ich nie viel Erfolg, dass ich das irgendwo los wäre. Außer bei den Schafen. Ah, hier. Kriegen wir Kleegras los. Beim Komposter. Nochmal. Kleegras los werden wird. Klee heu. Klöber. Kleehr. Kleeh. Kleehr. Also mit dem Klee-Groß... Schwierig. Ganz schwierig. Ich würde nur sagen, wir tun mal... Wir werden mal zwei Leitungen einloggen. Und wir fahren dann doch nochmal mit dem Wendor hier lang. Jetzt müssen wir hier nochmal schnell mit dem Wendor drüber müssen. Erstmal heuern. Hab ich schon mal beim Mähen? Nee. Ich dachte, dass ich mit dem Klee-Groß so gut wie nicht anfangen kann. Komm, passt da ja. Komm, passt da bestimmt. Geh noch. Ich da jetzt noch mehr Krieger. Mal, dass wir einen hier in dieser Findeur haben. Halt bloß damit wir welche haben. Den aus dem anderen machen wir. Ui. Was muss ich jetzt sagen? Das hat glaube ich keinen Sinn. Das Klee-Groß jetzt einzulagern. Die... Billionen... Wenn ich gar nicht wenig was jetzt hier runtergekommen ist. Pfeuerung sind's. Ich will jetzt nie was ich da mitmachen. Das ist wieder nie... Bedacht. Was passiert? Das müssen wir jetzt nochmal mit dem Wendor drüber fahren. Was wir probieren können ist... Verwender. Gut. Ich habe den vom Wendor vom Fettnitzer. So wird das bestimmt gehen. Bloß jetzt deswegen den zu bauen... Das muss ich auch nie haben. Ich will das jetzt mal probieren. Wo wir doch das Klee-Groß annehmen. Ich glaube es nicht. 8. 1. 2 Leitung. 1. 2 Leitung. 4. 4. 5. Ich mache mich jetzt hier nebenbei. Das dauert ja eine ganze Weile. Das aufladen nicht mehr. Bargeld. Mit Bargeld. Das muss man. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das war nicht viel. Untertitelung des ZDF, 2020 Aí, aí, aí Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020